In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr Bücher oder andere Medien selbst ausleihen könnt. Nutzt die Ablage neben dem Selbstverbucher. Ausleihen wählen und dann den Barcode von eurer Chipkarte oder dem Leseausweis einscannen. Nun noch das Ausleihkonto-Passwort eingeben und dann die Bücher oder anderen Medien einlegen, gerne auch mehrere gleichzeitig. Beenden und bei Bedarf eine Quittung anfordern. Sollte es einmal ein Problem geben, meldet euch an der Ausleihtheke.